Gemeinsam wollen wir nun beten, Jesus Christus in der Erdschung. Und da brauche ich aber jetzt erstmal den Hauptmann. Übergaben, gehen, ab. Vater unser in Ihnen, der Heilige werde Dein Name, Dein Reich kommt, Dein Wille geschehen. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser in den Boden muss man heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, unser Leben.